Einen angenehmen Sonntag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zur 169. Ausgabe von Heimat, fremde Heimat begrüßen zu können. Volksgruppenpolitik, Kultur und Kulinarisches erwarten Sie heute in unserem ethnischen Magazin. Die Assyrer, eine christliche Minderheit, die verstreut in den Ländern Syrien, dem Irak und in der Türkei lebt, sind in Österreich recht aktiv. Sie haben auch einen Dachverband in Europa, die Assyrische Demokratische Organisation, kurz ADO. Dieser Verband macht sich zur Aufgabe, die Öffentlichkeit auf die Lage der Assyrer in ihrer alten Heimat aufmerksam zu machen und ihre Kultur zu bewahren. Vergangene Woche wurde in Wien das 35. Gründungsjubiläum der ADO gefeiert. Aus diesem Anlass ist die berühmte asyrische Sängerin Juliana Jenda aus den USA nach Österreich angereist. Miriam Cittag war bei dem Konzert in der Chorhalle Oberla für sie dabei. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 ZANG EN MUZIEK 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018